So, jetzt bin ich hier in der Waldet-Küche. Das Comedy-Dinner ist ja bald vor der Tür. Und ich muss schauen, dass die Köche dann überhaupt ein wenig fit sind. Nicht, dass die irgendetwas kochen. Und Herr Bünzl muss dann schon zeigen, was Sache ist. Also, ich schaue jetzt mal, ob diese bereit sind. Ich bin hier und sehe jetzt schon schwarze Würste. Das geht ja gar nicht. Ja, so können wir dann natürlich nicht kochen. Ist es besser, wenn ich hier... Oh, jawohl, jetzt. Da gibt es dann gar von Feuer, wenn der Herr Bünzli am Kochen ist. Und da seht ihr, flampierte Würste. Die kommen natürlich nicht heute und morgen überabend. Die sind einfach gut. In der Küche geht es natürlich schnell zu und her. Bumfrey, Chicken kommt an. Die Würste ist verraten. Zack, ein Wurst. Das muss heiss zu den Gästen kommen. Heiss. Und darum ist der Bünzli da, um den Köchern wie bei zu machen. Oh, ich freue mich so, dass die Comedy-Dinner. Ich hoffe, dass duousse da, wenn sie ein paar Durham beatenen haben. sounds lachen aus! tech Und dann in Klessly.